Du hast noch keinen Halbgas an, Alvin. Du bist mit Halbgas. Ich kann kein Folger spielen, sonst zieht er weg. Das muss ich Ende machen. Marvin! Marvin! Wenn ich das nochmal... Wenn das... Wenn ich das nochmal... Wenn ich das nochmal... Nein, das hätte ich gemacht. Das kriegen wir doch vorher schon, das so was. Wenn das die mal zieht, dann kriegst du richtig Ärger. Jetzt hör auf. Entschuldigung. Vater, nicht zu dich. Vater, du kannst ja beinahe links an dir vorbeifahren. Ich komme hier rüber. Ja, es ist leider nicht zu schlecht. Ja, du hast ein bisschen zu viel Spaß. Das ist kein Halbgas. Das ist kein Halbgas. Also, die China... Der hat eben fast die Endung gesichtet. Also, das sieht an den Akkus. Großer Akkus. Die dringend ist gleich. Oh ja, warte. Jetzt folgert, jetzt folgert, jetzt folgert. Danke. Ja, da geht's, lieber so. Ja, ich schalte jetzt. Hi, ich schalte den Arsch. Können wir mal kurz hier unten das 세ht. Guckst du dir der Gras jetzt? Guck mal, ob das Wasser rauskommt gleich, warte. Ja, dann spieren wir eine schöne Runde. Ja, dann spieren wir eine schöne Runde. Wo ist denn überhaupt der Auslass? Hier auf der Seite. Hier drauf sieht man auch gar nicht, wenn der so weit weg ist. Jetzt kommen wir mit voll Karache hier zurück. Fahr ein bisschen mittig mal. Jetzt voll ab. Riech die Ende, mach langsam. Langsam, fahren wir langsam. Ich hab eine vorzutröse Schraube. Ich würde dich jetzt heizen, der Mütter. So, ich gucke dann. Ja. Ich freue mich.